Hallöchen und willkommen bei einer weiteren Folge World of Tanks. Ja, ich habe heute eine wichtige Information gekriegt und zwar die SU-130PM ist wieder im Shop verfügbar. Ihr seht es auch an den Artikeln, der schlagkräftige sowjetische Jäger. Gute Genauigkeit, hoher Alpha-Schein, 130mm-Geschütz, ausgezeichnete Beweglichkeit und Tarnwert. Mit der Beweglichkeit gehe ich nur bedingt mit, weil wir einfach im Shop auch Panzer haben, die wesentlich mobiler sind. Unter anderem der Kanonjagdpanzer, der AMX und auch der S1. Wobei der S1 primär in der Rückwärtsbewegung, aber trotzdem alle drei Panzer um einiges agiler und dynamischer als die SU. Im Großen und Ganzen ist es ja nicht schlecht. Wir haben eine gewisse Sprintfähigkeit und eine gewisse Beweglichkeit. Haben aber so ein kleines Handicap durch den Drehturm. Also sprich, wir haben hier, ich kann es eben aufmachen, wir haben hier auf der SU einen Drehturm von, lasst mich lügen, ich glaube 180 Grad. Sprich, wir können den Turm nach 90 Grad nach links oder rechts bewegen. Gehen wir über die 90 Grad Winkel, sprich, wenn wir 91 Grad haben, dreht sich die Wanne mit. Und somit geht auch der Zielkreis wieder auf. Im Großen und Ganzen ist es nicht schlecht. Es könnte aber so ein bisschen, zumindest dynamischer sein. Insbesondere, wenn man mal das Ding betrachtet, sprich, wir haben hier eine normale Panzerwanne. Und dann im Endeffekt ein Geschütz mit Trompetenblech ringsherum. Ich denke mal, das Blech ist auch nur dafür gedacht, um im Endeffekt ein MG-Feuer abzuwehren. Weil für Panzerkugeln wird es nicht so ganz reichen. Die Wanne kann zwar einiges Bouncen, wenn man Glück hat. Kann auch schon mal ein T30 abprallen. Aber spätestens hier oben am Turm ist der Spaß vorbei. Und man büßt so ein bisschen an Strukturpunkten ein. Was mir schon auffällt, ist auch hier der massiv offene Bereich. Ich denke, beim Spiel selber kommt es nicht so zum Tragen. Aber damals im Zweiten Weltkrieg ist es nicht unbedingt ideal. So, wir gehen nochmal zurück zum Shop. Danke. Wir haben hier im Endeffekt drei Angebote. Wir haben einmal Standardangebote. Da kriegt man den reinen nackten Panzer mit einer 100% Crew, mit der man nichts anfangen kann. Weil die noch kein Talent hat. Ansonsten noch einen Garagenplatz, den es immer dazu gibt. Im zweiten Paket gibt es noch 6500 Gold, 15 Aufträge, 30 Reserven. Und im großen Paket sind es 15.000 Gold, 30 Reserven, dreimal Zubehör. In Form von Ansatzerscheren, Fernrohr und Waffenrichtantrieb. Dazu noch 75 mal Verbrauchsmaterial. Was mich so ein bisschen stört mal wieder. Hallo? Da. Da. Das kleinste Paket kostet 36 Euro. Wenn man einen Rabattcode hat, denke ich mal, ist der Preis okay. Auch die 36 Euro sind okay. Ich habe meine SU damals auch für 36 Euro, glaube ich, gekauft. Was mich aber so ein bisschen stört, ist halt 60 Euro und 100 Euro für das große Paket. Auf die Rabattzahlen hier unten braucht ihr nicht achten. Standardpreis sind 60 Euro und 100 Euro. Und da könnte man eigentlich mit dem Preis noch ein bisschen runtergehen. Insbesondere, weil hier schon Rabatt drauf ist, könnt ihr den Rabattcode meines Wissens nach nicht mehr verwenden. Deswegen halt 60 Euro und 100 Euro. Die großen Pakete lohnen sich nicht wirklich. Momentan wird man eh mit Reserven zugeschissen. Und Verbrauchsmaterial sollte man auch noch genügend haben. Ansatzerscheren, Fernrohr und Waffenrichtantrieb kann man sich kaufen. Kann man sich ohne Probleme mit der SU kaufen. Da fährt man halt ein paar Runden und hat das Geld drin, weil es ist ein Premium-Panzer. Ihr habt einen Bonus auf Credits und einen Bonus auf die Crew. Sprich, ihr könnt die Crew schneller leveln oder halt freie EP generieren. Am großen Ganzen kann ich den Panzerruhe fehlen. Klar, die Kanone trollt gerne. Also gute Genauigkeit kann man so fast unterstreichen. Man muss bedenken, es ist eine russische Kanone. Es kann auch mal passieren, dass die Kugel einfach nur rausfällt aus dem Rohr. Auch wenn er direkt vorm Gegner steht und ihr den halt nicht trefft. Es ist dann ein bisschen ärgerlich. So kenne ich die SU eigentlich auch. Dass wenn das Rohr mal einen schlechten Tag hat, dass man einfach nicht trifft und dann verarscht wird. Aber im großen Ganzen ist es ein angenehmer Panzer. Spielerisch zu empfehlen, zweite Reihe. Und wenn das Spiel nachher dem Ende entgegen geht, dann die AP ruhig mit einsitzen und mit nach vorne fahren. Wie gesagt, 36 Euro kann man ruhig mal ausgeben. Wenn man daran Interesse hat, einen guten Premium-Panzer. Die SU wurde glaube ich 2018 oder 2019 mit dem Marathon eingeführt. Ich hätte mir sie damals schon kaufen müssen eigentlich bei 60% Rabatt. Ich habe es nicht getan. Könnte ich mich heute immer noch nachspeisen. War im Endeffekt ein Fehler. Und ja, mit 36 Euro, denke ich mal, kann man für einen Premium-Panzer gut leben. Ich habe auch mal einen 3-Panzer-Vergleich reingezogen. Einmal die SU und einmal das Skorpion G. Weil ich denke mal, das sind die meistgekauften 8 RTDs. Den G-Sore so ein bisschen als Alternative. Das Problem ist halt beim G-Sore. Ihr habt ja ein Magazin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der das italienische Magazin hat oder ein Gord-Magazin. Sprich, Gord-Magazin kennt man von der M1 Grand aus dem 2. Weltkrieg. Sprich, ihr schießt so lange, bis das Magazin leer ist und ladet dann erst nach. Wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es ein Gord-Magazin ist oder das italienische Magazin. Das Problem ist halt beim G-Sore, bei dem Ding. Ihr müsst irgendwann den gesamten Schuss nachladen, im schlimmsten Fall. Und bei unseren beiden Panzern hier, bei der SU und beim Skorpion G, habt ihr den Vorteil. Ist aber den relativen Vorteil, ihr schießt, ladet nach, schießt, ladet nach. Klar, es kann manchmal ärgerlich sein, wenn man dann so guckt. 8 Sekunden nachladen oder 10 Sekunden nachladen. Und man hätte lieber einen zweiten Schuss, wie jetzt beim G-Sore. Aber wenn man eine gute Crew hat, dann kann man damit auch umgehen, mit den 10 Sekunden. Im Großen und Ganzen, von der Reihenfeuerkraft ist der Skorpion G besser. Vom Alpha-Schaden selber, vom Einzelschuss-Schaden, ist die SU wieder besser. Der Vorteil beim Skorpion G ist, er lädt halt schneller nach. Hat auch einen minimal höheren Durchschlag. Ein weiterer Vorteil vom Skorpion G, ihr habt da einen 63 Grad Geschützturm. Sprich, ihr könnt einmal den gesamten Turm im Kreis drehen. Ansonsten HP, Beweglichkeit, Panzerung sind sie beide gleich. Es sind keine Frontschweine. Alle beide nicht. Wir können auch den Skorpion G mal aufmachen. Skorpion G auch. Ihr habt da zwar eine komplette feste Wanne vom Panther, müsste die glaube ich sein. Hält aber auch nicht allzu viel aus. Und im Endeffekt auch der Turm. Es ist eine Kanone mit ein bisschen Blech und mehr ist es nicht. Und dafür tun beide Kanonen richtig dolle weh. Sollten mal beide Panzer gleichzeitig im Angebot sein, was ich bezweifle. Aber wenn es mal wirklich passieren sollte, ist der Skorpion G die erste Wahl und ganz knapp dahinter die SU. Alleine, weil Skorpion G ist ein deutscher Panzer. Und ich denke mal, die meisten spielen auch deutsche Panzer. Aber wie gesagt, SU und Skorpion G sind beide auf Augenhöhe. Wobei Skorpion G ja minimal, den minimalen Vorteil hat. Der einzige Nachteil jetzt beim Skorpion G, was ich jetzt hier sehe. Ihr habt nur vier Crewmitglieder. Sprich, ihr könnt da nicht allzu viel mit anfangen. Gerade wenn man nachher hier auf den Ferdinand geht. Ihr seht es, Ferdinand hat sechs Leute am Skorpion G, passen aber nur vier rein. Sprich, ihr könnt die Crew zwar mit rüber nehmen, könnt aber damit nicht allzu viel anfangen. Weil auch wo zwei Personen verhungern. Bei der SU habt ihr einen Vorteil, ihr habt hier fünf Personen. Sprich, wir haben zweimal den Ladeschützen, wir haben einen Fahrer, wir haben einen Richtschützen und den Kommandanten. Diese Crew könnt ihr nachher verwenden bei der ISU, bei dem Objekt, bei SU, bei irgendwelchen Heavys, Mates. Das ist halt so der kleine, aber feine Vorteil. Sprich, wir haben ja auch vier Leute jetzt als Beispiel bei der ISU. Fünf Leute bei der ISU. Man könnte die Leute einfach mit rüber nehmen. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, im SU kann ich da empfehlen. 36 Euro. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt und habt noch einen Rabattcode, ruhig verwenden. Ich glaube so der gängigste Code müssten 20 oder 30 Prozent sein. Ich weiß es nicht genau. Ich habe meine bis jetzt immer ignoriert. Die letzte nicht gekriegt habe, weil ich einfach keinen Bedarf mehr hatte an Premium Panzer. Ich habe eigentlich viel zu viele. Aber bei dem Ding macht eigentlich nichts verkehrt. Und ganz wichtig ist halt, gerade für relativer Anfänger, das Ding so ein bisschen im Rückraum spielen, irgendwo ein nettes Gebüsch suchen und dort rausfeuern. Ich habe bei meiner SU eine leicht andere Aufstellung. Ich spiele sie mit einem Ansetzer und mit der anspielten Optik, weil ich doch relativ viel in Bewegung bin. Ich denke mal aber, das Schadenfernrohr ist ja eigentlich die bessere Wahl, weil in der Regel steht hier irgendwo mit dem Panzer im Rückraum. Gut, soviel erstmal dazu. Wir gucken mal gerade mal rüber zu Chuck Norris, was er heute im Angebot hat. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal, na gut, 20 Gefechte bräuchte ich. Was sagt die Uhr? Jo. Kann man ruhig mit angehen. Und dann spielen wir gleich mal eine Runde mit der SU. Da haben wir immer noch die Heavis drinne. Und dann gucken wir mal, was das Ding so kann. So, Korte Tundra. Ähm... Jetzt so auf Anhieb nicht unbedingt die idealste Karte, ist aber noch okay. Ähm... Ich war gerade dabei, einen zeitlosen Klassiker zu schauen. Ja, wovon der Krieg filmen, da gibt es nur tote Menschen. Ja, und es gibt einen Blackhawk-Hubschrauber. Geile Dinger. Ich finde die einfach nur genial, die Blackhawks. Große Flapp-Flapp. Der Amis. 574. Das war schon mal ein schöner Schuss. Äh... Müssen wir aufpassen, wir haben den Hügel verloren. Und da habe ich dann kein Bock drauf, dass wir von der Seite rankommen. Da hinten fährt unser 6x6 rum. Auch nicht schlecht. Wenn der Gegner einen so kommen lässt. Ich fühle mich gerade so ein bisschen, äh... Überfordert, weil... Links stehen wir gut, rechts stehen wir gut. Gucken, das Flussbett mal nicht aus Augen lassen. Falls der IS-2-2 denn doch kommen sollte. Technisch gesehen, IS-2-2 ist jetzt nicht unbedingt, ähm... Der brutalste Gegner, aber ich möchte ihn eigentlich nicht treffen. Ähm... 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 Ich glaube, das werde ich jetzt nicht überleben. Fuck! Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Fick dich, fick dich. Komm, komm, bitte, bitte. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, mir geht gerade so der Stift. Oh, 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 oh. Könnt ihr doch nicht machen, ich bin doch alt. Ich hau hier ab. Ich will nicht mehr, ich war ein Cap. Ich wollte eigentlich nur noch eine Runde Black Hawk Down gucken und WoW spielen. Alter, nee. Ich glaube, ich habe mir gerade in die Hosen geschissen. Ich cap, ich cap. Ich hole mir ein paar Cap-Punkte. Macht das so eine Scheiße nicht. Ne, ich kann auch gerade nicht. Das war zu viel. Ich bin hier gerade, wie gesagt, ich habe gerade Video-View ausgemacht. Ich habe meinen Film unterbrochen. Ich war eigentlich auf dem Klo an den Knödel. Ich habe das gelesen mit der SU. Ich wollte wieder zur SU machen. Und dann jetzt hier. Leck mich am Arsch. So eine Aufregung. Oh, EBR räumt aber hoch gut auf. Allein, dass der EBR, komm, zähl noch durch. Fünf, vier. Also, jetzt auch durchzählen können. Allein, dass der EBR dort durchgefahren ist, das war schon eine Wucht. Dass der durchfahren könnte. Und dann der IS-2, was war das jetzt, IS-2-2, der nicht geschossen hat. Der wollte mit Gewalt den Doppelschuss anbringen. Und dann hat er im Endeffekt den Panzer weggeschmissen. Puh. Ich ziehe doch gleich mal einen Boni. Alter, so eine Scheiße. EBR, das war wirklich eine Wucht. Wie sagt er, einfach durchgefahren durch das Gegner-Team. Wir sind bei 3200 Schaden, auch wenn ich nachher das Spiel abgebrochen habe eigentlich. Und mich dann nur noch in den Cap reingestellt habe. Ja, IS-2-2. Zwei Schuss abgegeben. Keinen Schaden gemacht. Wie gesagt, er wollte da den Doppelschuss unbedingt auf uns anbringen. Hat da nicht hingekriegt. Aber ihr habt es gesehen. Burask ohne größere Probleme durch uns durchgekommen. Und das ist halt... Ja, der Nachteil, sag ich mal, bei den... Drehturm-Weichflöten-TDs. Die haben keine Rüstung. Die haben keine Panzerung. Und eigentlich jeder Abpraller ist denn... Nur Glück. Aber so im Großen und Ganzen, da wo die SU oder auch der SCORP-G da unten, der gute Kollege, wo die zuschlagen, wächst halt kein Gras mehr. Klar, ich habe jetzt mit... Hier mit der Hohladungs-Präbel-Munition geschossen, weil ich auch die sicheren Schüsse haben wollte. Aber auch mit Normal-AP eigentlich da, wo die Dinger treffen. Da tut es richtig weh. Gut. Wie lief denn jetzt die Runde? Wir haben 3.200 Schaden gemacht. Acht Schuss. Sieben getroffen. Sieben durchgang. Den einen beim Burask natürlich da versaut. Aber man gut, wir haben es überlebt. Ansonsten 7.500 EP durch Fahrtachse-Boni und sämtlichen Boni hinterher und allen Boni-möglichen Dreck. Wie gesagt, so ein Premium-Panzergrad Stufe 8 lohnt sich. Das sind mit so die wirtschaftlichsten Panzer. Stufe 7 geht auch noch. Aber Stufe 8 ist so die Krönung. Stufe 9 nachher nicht unbedingt, weil er da auch auf 10er trifft. Und man da des Öfteren mal die Premium-Munition rausholen muss. Ja, die einzige Anmerkung, die ich jetzt noch zur SU habe, es ist zu überlegen. Wie gesagt, ich spiele meine hier mit Optik. Es ist aber zu überlegen, ob man da ein Scherrenfernrohr nutzt oder vielleicht sogar das Tarnetz. Ansonsten könnte man noch den Feuerlöscher rausschmeißen und da für Rationen reinnehmen. Generell beim Scope-G und auch bei der SU oder allgemein bei Weichflöten-TDs lohnt sich der Feuerlöscher nur bedingt. Ja, es hat seine Vorteile, wenn man das Ding zieht, den Feuerlöscher zieht und den nach dem Spiel ist. Es ist halt die Frage, wie viel HP bleiben denn im Endeffekt noch stehen. Deswegen könnte man auch mit Ration spielen zur Not. Ja, soviel zur SU. Ist halt eine Kaufempfehlung. Könnte man drüber nachdenken. 36 Euro für ein Prämie im Panzer, für ein 8er Prämie im Panzer, der wirklich gut ist. Ist auf jeden Fall in die Überlegung wert. Ja, ansonsten, ähm, abonnieren, Däumchen, Kommentare, ähm, bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.